Herzlich Willkommen zu Karnisius TV und einer weiteren Folge in einer lockeren Reihe mit Stellen aus dem Hebräerbrief des Neuen Testamentes. Der heutige Satz stammt aus dem vierten Kapitel des Hebräerbrief, der Satz Nummer 12. Liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, dort lesen wir, lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Drei Punkte zu diesem kraftvollen Zitat. Erstens die Bibellektüre am Abend. Ja oder nein? Ein Priester und ein Rabbi kamen spätabends zu einer Pension, um zu übernachten. Der Gastwirt, freundlicher Mann, sagte, ich habe leider nur noch ein Zimmer und dann haben die beiden eben beschlossen, wir übernachten ihn gemeinsam in dem einen Zimmer und als sie schon zu Bett lagern. Da sagte der Priester zum Rabbi, entschuldigen Sie, aber ich kann abends ohne in der Bibel gelesen haben nicht einschlafen. Sind Sie einverstanden, dass ich noch ein bisschen in der Bibel lese? Stört es Sie? Sagt er, nein, stört mich nicht und ist dann auch tatsächlich bald eingeschlafen. Am nächsten Morgen, da wollte sich der Priester entschuldigen und rechtfertigen. Wissen Sie, also ohne Wort Gottes, da kann ich nicht einschlafen. Da sagt der Rabbi, es ist komisch, bei mir ist es genau umgekehrt. Wenn ich abends in der Bibel lese, kann ich garantiert nicht einschlafen. Zweitens die Bibel, Aufputschmittel oder Beruhigungspille. Das eine Buch und zwei entgegengesetzte Erfahrungen und beide Erfahrungen haben ihre Berechtigung. Aber ich glaube, dass uns die Auffassung des Rabbis etwas mehr abhanden gekommen ist, in weiten Breitkreisen, da hat die Bibel ein einlullendes Image, ja man meint die Sprüche dort schon x-mal gehört zu haben, dass sich hinter diesem Buch ein Buch mit Sprengkraft verbergen könnte. Das dürfte den meisten Zeitgenossen nur ein müdes Lächeln hervorlocken. Unser heutiger Satz, der begreift das Wort Gottes als Dynamit. Und das klagt beide Seiten ein. Die beruhigende Wirkung und die aufrüttelnde Wirkung. Die Bibel wird mit einem zweischneidigen Schwert verglichen. Die eine Scheide, das ist die, die den Wildwuchs des Tages abtrennt. Mit was für Gedanken setzen wir uns den ganzen Tag auseinander. Da ist so viel Unnützes und Kraftrauben des Zeugs dabei, so viele unrealistischen Träume, so viel unbegründete Sorge. Hier kann das Wort Gottes wie eine Heckenschere den Wildwuchs zurechtstutzen. Ja, das ist das Wesentliche. Und das ist alles nur Gestrüpp, das sich angelagert hat. Und die andere Seite des Schwertes dagegen dringt noch tiefer. Ja, in unser Innerstes, unsere wahren Motive kommen vielleicht ins Blick, weil die Bibel ist wie ein Spiegel, der einem auch die dunklen Seiten von sich selber zumutet. Und drittens und letztens aller Anfang ist schwer. Viele Menschen sagen, dass sie die Bibel nicht verstehen und sie deswegen nicht in ihrem Leben umsetzen können. Ja, ich behaupte heute mal das Gegenteil. Das Problem der Bibel ist nicht, dass sie zu kompliziert ist. Wir verstehen sogar mehr, als wir tun können oder wollen. Jeder weiß doch ganz genau, was Sünde ist. Ja, und dass es sich hier nicht um ein Sahnetörtchen zu viel oder ein Knöllchen eines Verkehrssünders handelt. Ja, wenn sie anfangen, die Bibel in ihrem Leben umzusetzen, dann werden sie die Erfahrung machen, dass vieles an der Bibel unverständlich oder schräg ist. Wenn sie mit dem Lesen warten wollen, bis ihnen jeder Bibeltext erst einleuchtet, dann werden sie nie den ersten Schritt tun und mit der Bibellese anfangen. Die Bibel ist kein Buch mit unterhaltsamen Geschichten, sondern eine Anweisung für das Leben. Ja, ähnlich wie ein Kochbuch eine Anweisung zum Kochen ist. Ja, vom bloßen Lesen der Rezepte, da wird niemand satt. Und wer die Bibel liest und wer das Gelesene dann in seinem Leben anwenden, der wird das ewige Leben finden. Das Versprechen des Hebräerbriefs jedenfalls gilt. Gottes Wort ist ein zweischneidiges Schwert, dringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, richtend über die Regungen des Herzens. Ich bete, Herr Jesus Christus, du selbst bist das ewige Wort des Vaters. Du redest in unser Leben hinein. Wir bitten dich für alle, die das Richtige schon erkannt haben. Denen aber der Wille fehlt es auch zu tun. Lass den Glauben vom Kopf in das Herz und von da in die Beine gehen. Für alle jungen Menschen, die jetzt Entscheidungen für ihr Leben treffen müssen, lass sie deinen Ruf hören und gib ihnen die Kraft, ihre Pläne umzusetzen. Für uns selbst schenke uns allen mehr Liebe zur Bibel. Lass uns den Staub vom Goldschnitt pusten und hilf uns das Gelesene im Leben anzuwenden. Für die Verstorbenen erfülle an ihnen deine Verheißungen und schenke und stille ihre Sehnsüchte. Schenke ihnen das ewige Leben. Allmächtiger Gott, für dich ist nichts unmöglich. Lass uns deinem Wort trauen. Gib uns Mut zum nächsten Schritt und sei du unser Ziel in Zeit und Ewigkeit. Amen. Ich wünsche dir jetzt einen gesegneten Tag. Sie haben wieder 12 Stunden oder 16 Stunden Zeit und Gelegenheit, das was sie von der Bibel gelesen haben anzuwenden. Und da wird sicher mannigfaltige Gelegenheit geben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Und das Segen des guten Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über dich und die deinen und bleibe bei dir alle Zeit. Amen. Ich sage Tschüss bis bald. Amen. 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 Vielen Dank.